So, hallo zusammen, schönen guten Abend. Diese Aufnahme hier ist einfach mal so zwischendurch als Status gedacht und soll gar nicht erst großartig hier in der Suchmaschine gelistet werden oder sonst was. Ich wollte euch einfach mal darüber informieren, wie es so aktuell aussieht, bei mir generell im Hypnose-Studio, in der Hypnose-Praxis online, was das Nichtraucherprogramm macht und ein kleiner Smalltalk meinerseits hier. Ja, Nichtraucherprogramm, wenn wir schon dabei sind, morgen wird von mir die Prähypnose, also praktisch was im 6-Wochen-Programm zum Abnehmen das Prähypnose-E-Book ist, wird von mir morgen für das Nichtrauchen eingesprochen. Das Nichtraucherprogramm gibt es dann nicht als E-Book, sondern als Audio-Version und ansonsten sind auch heute wieder weitere Dateien geschnitten und bearbeitet worden. Für all jene, die das Nichtraucherprogramm noch nicht kennen, das Nichtraucherprogramm mit Hypnose, speziell von mir, das Drei-Phasen-Programm, wird verschiedene Versionen beinhalten. Also nicht nur drei Phasen mit verschiedenen Hypnose-Modellen, sondern auch verschiedene Einleitungsverfahren, Schlafversion, Musik, keine Musik und da ist audiotechnisch eine ganze Menge für zu tun. Denn da wird nicht nur ein Gesprochen in verschiedenen Versionen, sondern da muss das Gesprochene auch entsprechend mit der Musik hinterlegt, abgemischt werden, auf Studio-Qualität gebracht werden. Ganz wichtig für mich, das unterscheidet meiner Meinung nach ein Profi von einem Amateur, dass das vernünftig gemacht wird und das ist halt jetzt in Arbeit. Also wir liegen gut im Zeitplan, du hörst es vielleicht jetzt an meiner Stimme, dass ich schon etwas angeschlagen bin am Abend, den ganzen Tag ging es halt hier schon rund und ich nutze dann den Abend oft, bevor die Tür zugeht, einfach mal noch dazu so einen Status hier rauszuhauen. Aber heute Nacht muss ich gut schlafen, denn morgen geht es dann zur Prä-Hypnose. Das Audiobook zur Vorbereitung auf das Drei-Phasen-Nichtraucher-Programm wird dann morgen eingesprochen und entsprechend anschließend im Tonstudio gemastert, gemixt und geschnitten und so weiter und so fort. Ansonsten habe ich einen wunderschönen Kommentar heute wieder bekommen von einer Dame, die mich wohl schon seit längerem hier verfolgt und mit mir regelmäßig einschläft, natürlich in Anführungsstrichen und das hat mich sehr gefreut, diese ausführliche Rückmeldung. Mich freut grundsätzlich jeder Kommentar. Also wenn jemand schreibt, hey danke tolle Stimme oder danke hat mir geholfen, wunderbar, ein Herzchen auf jeden Fall, gibt es von mir ein Herzchen dazu, aber wenn jemand auch mal ein bisschen ausführlicher schreibt, das muss auch nicht unbedingt in Form eines Kommentars sein, wenn jemand jetzt nicht anonym unterwegs ist oder so, dann natürlich auch gerne über das Kontaktformular. Und wenn ich dann so ein bisschen mehr erfahre, dass zum Beispiel Medikamente reduziert oder abgesetzt werden konnten, dass die Schlafqualität sich verbessert hat und so weiter, macht es natürlich doppelt und dreifach Spaß auch wieder für YouTube die kostenlosen Hypnosen zu produzieren, weil ich einfach weiß, dass es ankommt. So, das war es von diesem kleinen Audio-Vlog, kann man das so nennen, Audio-Vlog, A-Vlog, Podcast, wie auch immer. Und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, wann immer du das hören wirst. Bye, bye.